Hallo Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ja, Tag 4 steht heute an. Ihr kriegt noch ein paar Aufnahmen von gestern. Und dann auch noch die Aufnahmen von heute, wo wir heute gefahren sind. Wir hatten dann Tag 4 nochmal ein Full Day Shuttle, das dann aber nur zum halben Tag wurde, weil wir einfach tot waren. Hat aber richtig Bock gemacht und lohnt sich auf jeden Fall hierher zu fahren. Ist einfach der Hammer, man kann trainieren, Trails fahren ohne Ende. Das ist wirklich richtig krass. Und ja, vor allem die Landschaft finde ich hier so geil. Also richtig cool. Und ja, ich würde sagen, geht los. Ihr kriegt ein paar Aufnahmen nochmal von Tag 4. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Let's go. Ich kann dir was sagen. Die kann man leicht. Nicht inslautern. Genau. Untertitelung des ZDF, 2020 Diese komische Rinde, ich glaube die kann man auch oben anfahren, aber... Ich bin ein Dombies. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Flimix Okay, das ist verrückt. Okay, das ist verrückt. Little jump! ja so crazy oh my goodness yes mate Oh, yes. So, mittlerweile Sonntag, wir sind noch zu dritt, gehypt der Julian und ich. Wow, shit, Alter. Wo springen wir hin? Zu krank. Also, da greift am EWS Top 40, der Julian für mich ist das ja EWS. Beziehungsweise dieses brauche ich eigentlich. Dementsprechend erklärt sich der Speed da vorne. Da muss ich schon noch abgucken, dass ich da dran bleib. Überhaupt. Alles gut. Alles gut. Nichts passiert. Nur bis dann am Hang entlang geslidet. Alles gut. Oh, das ist wirklich gut. Oh, das ist irgendwie so zu der Becken. Das ist wirklich ganz schön. Ich schaue mich auf. Ich schaue mich auf. Technische Part. Ja. Ein wenig Geld. Perfekt. Nein. Ruff. Hands sind auf Feuer. Perfekt. So fun. A little bit chilling. There we go. Yes. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Yes!